Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Traugen. Ja, jetzt wird es richtig interessant. Glissi und der Engel, der dazu gekommen ist, war anscheinend nur eine Einbildung von uns. Durch das ewige Alleinsein bildet man sich anscheinend Fantasiefreunde, Fantasiewesen ein. Und die haben wir jetzt anscheinend verscheucht fürs Erste. Und sind jetzt hier am Hof von Frederic Fredland, glaube ich, der anscheinend seinem Bruder das Haus niedergebrannt hat. Mal sehen, was jetzt ein Safe ist. Jetzt haben wir wahrscheinlich zwei verschiedene Daten. Hä, wieso kann ich das immer noch nicht? Ah, jetzt geht's. Ich mach mal das hier. Ah, okay. Oh, okay. I hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost two years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Mr. Fredland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract. And we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johan must be convinced to wall up the chamber. We've already dealt with the worker who made the discovery. Okay. Also eine Vertuschungsentsuch. Anscheinend wollten sie was hier vertuschen. Dass die Tochter die Juts gefunden hat. Also ich habe jetzt eine Vermutung, Freunde. Ich habe die Vermutung, dass die Goethe Ruth ja in den Wien diesen Wikinger-Schatz gefunden hat. Und irgendeine No-Name-Firma, die nicht genannt werden darf, hat da von Wind bekommen. Und wollte das Ganze unter Verschluss halten. Also, okay. Ja, ich habe wieder FPS-Einbrüche. Warum auch immer dieses Spiel FPS-Einbrüche hat. Also sollten wir uns zu den Minen aufmachen. Sie diskutieren, was zu tun tun. Aber die Erkrankung ist öffentlich-Einbrüche. Es ist der Ende ihrer Erkrankung. Johann ist überzeugt, oder verabschiedet, um zu gehen. Und ihr Geheimnis bleibt hidden. Dann, ein paar Monate später. Der Erkrankung. Drei Menschen sterben. Die Investoren rauskommen. Die Mäne schützt, Friedrich ist auf seine Hände in Dez. Okay, da würde ich mal sagen, wir gehen mal den Gleisen entlang. Ich hoffe, sie führen zu den Minen. Okay, das Ganze wurde abgeriegelt. Kann ich hier noch was finden? Okay, nicht wirklich, aber wir können hier rausklettern. So, 20 Jahre passen. Frontland Feud tehrt die Stadt abgeholt. Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, das waren keine zufriedenweise Morde. Also Umfälle angeblich. Danke. Es ist ein Katalist. Okay, irgendwo muss ich da hochkommen können. Oh, hier. Okay. 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 Oh, Betty. Das ist... ...mutter. Du hast immer das. Du hast es nicht geholfen, wenn du... Du hast es hier für eine Chance. Warum habe ich nicht gesehen? oh du blöder vogel alter lauf 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 die miene bricht ein jetzt bleibt das hier ewig ein geheimnis das ist das ist ist das ist das ist das du Edward where are you I'm on my way wait for me Edward stay where you are I'm coming Edward where are you I'm on my way Edward please hurry I'm coming Betty I'm almost there just stay put ach come on Edward I'm coming Elizabeth there you are finally you have no idea how long I've been looking for you you had me so worried I I look look your brooch mother's brooch you must have lost it at the mine let me put it on for you Betty I wouldn't want you to lose it again she's been dead for 30 years she's been dead for 30 years Edward we came for Johan and Anna and Frederick and Simon and and Ruth we're here to tell their stories no Elizabeth she's here you know Betty died when she was a baby she drowned in the pond and you found her you were just 11 you carried her to your mother and your mother she hated you for that she could never forgive you for bringing her baby to her and you could never forgive yourself for what she did after you always forget this because you don't want to be alone so you bring Betty back again and again to New York to Boston to the house but always just out of reach never quite there the scent of her the echo of her but never really her and all it does is make you lonely but the thing is Edward you're never alone you have us and you'll always have us Betty's she was never there for you she couldn't be you can't lose us we're a part of you forever and ever and ever but you need to let Betty go now there's not room for all of us in there I couldn't save you I couldn't save you Elizabeth I'm so sorry oh is this bitter it is it is painful to wake from a vision as it is to be born anew Owch Erwachen Eromone Saf Snaff Sheeshire Tag 6 Das muss ziemlich hart sein für ihn, jetzt tut er mir doch wieder irgendwie leid Da ist das Zeichen nochmal, dass wir als Ladescreen gesehen haben Also hat das seine Schwester begraben müssen, als sie im Teich gefallen ist und ertrunken ist Echt hart Und das mit 11 Jahren, das muss ... Ja, ich bin da Achte, ich komme raus Ja, ich komme mit Lissi Lissi? Nichts Oh mein Gott Oh 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 So Einige Pläte haben Gravität. Was sagst du? Gravwick's Gravität hat uns über den Ozean Atlantik? Gros. Nein, ich sage nicht so. Das ist rational. Aber du glaubst es, nicht? Dass wir uns besuchen, um erzählen ihre Geschichte zu erzählen. Um zu finden meine Freundin. Aber Bettie ist nicht. Sie war niemals hier. Das macht nicht Sinn. Ich bin ein Mann von Wissenschaft. Ich weiß nicht, was zu glauben. Ja, hier sind wir. Alle drei von uns. Ist das das, was Sie wollten mir zeigen? Ich wollte ihn sein. Aber du glaubst in Ghosts, Edward? Du weißt, dass ich nicht. Nur hast du einen gehörst. Das ist anders. Und was für mich? Wir? Du bist nicht Ghosts. Du bist leid. Sehr gut. Also, was wirklich passiert mit Ruth? Ich glaube, es war ein Vergnügen. Wie? Was ist passiert? Deine Meinung ist so gut wie meine. Okay, sie fuhr aus der Mine. Und kam hier. Und dann... War sie Angst? Was macht ihr? Was macht ihr zu gehen? Something spunkte sie. Ich glaube, jemand hat sie zufrieden. Simon, oder Friedrich, oder ein strangerer. Sie fuhr hier. Warum nicht nach Hause? Sie konnte nicht nach Hause gehen. Aber sie nicht wollen. Sie fühlte sich sicher. Sie fühlte sich hier sicher. Sie fühlte sich hier zu sein. Einenкольный Ort. Und dann... ... 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 Du denkst, dass das wo jeder ist? Sie sind tot. Ich glaube nicht, dass es nichts mehr zu tun ist als das. Aber es gibt comfort in Oblivion. Und wir werden nicht alleine sein. Wir wissen nie, was mit allen in Grawiq. Wir haben versucht unser Bestes. Wir erinnern sie. Alle. Vielleicht gibt es ihnen etwas Frieden und Oblivion. Kann das dein Buch sein, Edward? Das, was du willst, zu schreiben? Eine Geschichte über Menschen, die sich isoliert sind. Die Verlangen von dem Welt. Du kannst ihnen alles ein richtiges Ende. Keine Ahnung. Edward, das ist das? Unsere Bote? Aber wie? Wer ist das? Wir holen es vor, bevor es auf eine andere Abenteuer wird. Ich verstehe nicht, wie es das kann sein. Draugen fühlt sich zu schlafen und es zurückgebracht hat. Es muss sein, die Wind. Alles, was hilft dir zu schlafen, Teddy Bear. Lass uns gehen, während das Wetter noch gut ist. Ich brauche meinen Stuhl. Also geh auf, alter Junge. Ich werde meine Goodbyes zu allen Dingen sagen. Ich glaube nicht, dass wir zurückkommen. Wir treffen uns im Haus. Mein Gott. Das Spiel ist doch nicht in dem Moment. Ich renne aber trotzdem. Das Spiel ist so wunderschön, aber es hat so... FPS Einbrüche manchmal. Ich ziehe jetzt aber trotzdem alles kalt durch, Freunde. Das Spiel ist so wunderschön. Nein, das ist so wunderschön. Ich habe ihn jetzt in der Ver frontalung, das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Ich weiß es nicht, wenn das ist, dass es ein Stück lang wie��ke. Das ist so wunderschön. Ich mache das, wie er nicht nach Hause ist. Ich komme zu schnauchen, nicht mehr als Tarnach zu machen. ich gebe es für einen Atmen. Das wird geschaut sein kann, ist das ein Stück. ja ich würde das bild das foto gar nicht mitnehmer das war ein schönes abenteuer also freunde ich werde jetzt definitiv jetzt nicht ausmachen und ihn noch eine folge dran klemmen ich werde jetzt schön gemütlich also mit dem koffer runter gehen wenn ich glaube wir sind am ende des spiels angelangt und Komm schon, gehen wir! Rö, Teddy, Rö! Der Wasser ist noch kalt. Es ist eine Fjöre, Lissi, und es ist fast Winter. Es wird Schnee, wenn wir zurück in Hanover kommen. Die Haus wird warm. Wir werden uns gut sein, Edward? Ich glaube so. Wird wohl all die Dinge? Und das war von T-Red Games. Let's Play Trogon, Freunde. Wir haben es geschafft. Also ich muss sagen, mich hat noch nie... Also das war eins der wenigen Spiele, das mich so gefesselt hat hier. Ich finde die Story wunderbar. Auch wenn er sich Lissi hier nur einbildet und so weiter und seine Schwester. Aber man muss sie auf irgendeine Art und Weise mit dem Tod abschließen, mit den Erinnerungen. Ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall dieses Spiel zu holen. Und auch zu spielen. Mir hat es tierischen Spaß gemacht. Auch weil ich den Schluss ein bisschen traurig finde. Ich hoffe, man kann mich hören. Auf jeden Fall ein Meisterwerk seiner Klasse. Und es hat mir echt einen Einblick auf einen Menschen eingegeben. Also auch wenn er nur erfunden ist. Aber viele verdauen oder verarbeiten ihre Trauer eines gestorbenen Menschen anders. Es kann so ausgehen. Es kann auch normal ausgehen. Viele brauchen nur ein paar Monate, um das zu verarbeiten. Einige brauchen länger. Ich hoffe, euch hat das Let's Play sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt mitgefiebert. Und bleibt bei mir. Wie gesagt, wenn euch das ganze gefallen hat, würde es mich tierisch freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Wenn ihr das nicht schon getan habt. Und wir sehen uns zum nächsten Haupt-Let's Play auf diesem Kanal. Ich wünsche euch da draußen noch eine wunderschöne Zeit. Und bleibt einfach so, wie ihr seid. Ich kann nicht mehr viel sagen. Das Spiel hat mich echt geflasht. Bis zum nächsten Mal. Euer Holy Diver. Jetzt aber. Tschüss.